Odorisken. Mit jedem Preis. Nicht zu verwechseln mit Odalisken, weil Odorisken kommt von Odo. Also eine Geruchskotzt sozusagen. Eine Riechskotzt. Ja, es riecht tatsächlich schön nach Zimt, das Kästchen. Und ich öffne es jetzt. Oh, was haben wir da? Eine kleine Sammlung mit beginnender Notiz. Der SS-Staat will positiv bejubelt werden. Zweitens, Verbrecherfoto für alle als Pflicht. Das hängt zusammen. Drittens, Idioten entwickeln Betroffenheit. Ja, betroffen. In Klammern, Flugzeugverkehrsmaschine den Personenverkehr stören, Überlebende betroffen machen. Dann hat Schaumburg-Lippe mal wieder was geprozessiert gegen die Bundesregierung. Da, weil sie da so viel bestanden haben. Viertens, Nachrichten als Imagination. Den Leuten einzubilden. Sie hätten Weltblick. Ja, positiv denken um jeden Preis. Interessante Dinge. Das soll ein Auto-Duft-Erfrischer sein mit Market Bulldog. Früh angelernt. Eine komplette Küche. Ein Baby, das tanzen, pissen und sprechen kann. Ein UFO. Reduzierte Menschen. Reduzierte Preise. Es wird bald Weihnachten. Und ein kleiner Zeitungsartikel. Was immer das Interessanteste ist, an diesem Abend diskutieren die Gesunden bis tief in die Nacht die sensationelle Nachricht aus Kalifornien, dass klinische Versuche mit dem Impfstoff AN 1792, der körpereigene Abwehrstoffe gegen die Alzheimerkrankheit verstärken soll, positiv verlaufen sind. Sie wissen, keinen der Kranken hier wird das noch retten. Und zu lange wird die Erprobungszeit über die tatsächliche Wirksamkeit des Mittels sich hinziehen. Und das war natürlich schon lange vor der Coronade. Tief traurig. Gelacht. Miteinander. Ja, das ist ja immer was. Okay, dann zu beachten der Innenstempel. Bitte, bitte so scharf wie möglich, so einen Druck. Das war das Kriegskoppel. Und viele Hoffnungen wurden falsch entfacht. Nochmal Geruch. Hier haben wir den blöden Boss. Dann haben wir nochmal Experten. Und das ist diese Box. Und das ist diese Box.